ARD Text im Auftrag von Funk Wie ist der Mann hier? Hofmann? Hofmann finde ich krass. Bin mal gespannt, wie lange der... Ja, Kailu. Wager. Wager. Wie wär's denn? Einmal Wager Xbox One. Einmal Wager Xbox One. Ach du Scheiße. Hashtag, da kommt's rein von Lukas. Genau, hat einmal Wager Xbox One. Vor allem hat, genau hat, es hat, vergesse ich immer. Hashtag, hat einmal Wager Xbox One. PS4, Antwort PS4. Herrlich, nice, ladies. Zeigt's ihm. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Freundschaftsspiel, nee, ganz im Gegenteil. Mainz, Gladbach, da geht's um satte Punkte für die Mainzer auf jeden Fall. Die müssen Gas geben. Ja, müssen. Das steht fest und Gladbach, äh, ja, die können's angehen lassen, aber sollten auch wieder mal ein gutes Ergebnis nach dem Europa-League-Aus fabrizieren. Sie können sich zumindest vorläufer Liga konzentrieren, was natürlich auch nicht, auch nicht bekehrt ist. Ja. 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 Oh. Nicht angeschossen. Oh, der hat ihn hingelegt. Der hat ihn hingelegt. Geht's schon wieder los. Leg dich jetzt mal hin hier. Oh, traurig. Quatsch. Oh, ist ja schnell. Der ist heiß, ja. Geht das mal hin. Oh. Boah. Was? Es geht nicht. Es geht nicht dein Ernst. Natürlich. Er geht schon wieder los. Naja, war zu einfach. Ja, ja. Der durch da. Unglaublich. Sommer, bester Mann. Ist der Schweizer, ne? Der neue Nationalkeeper. Oder zukünftiger. Boah, stark. Stark, stark. Aber gut gemacht. Ja, Sommer ist ein guter, ey. Momentan, einer der besten der Liga, finde ich. Was er denn so rausholt. Wer ist als Horn? Ja. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Scheinen sich die Geister, ne? Ja, ja. Da geistern sich die Scheiden, jungen. Da geistern sich die Scheiden. Da muss ich lachen. Pass auf. Oh, der ist schnell. Der ist schnell. Ah, was ist? Oh. Da ist einer. Kruse. Ja, der war auch mal besser. Na? Ja, ja. Ecke aber. Ja, ja. Der dient. So. Gut, der hat das Schicke-DLT gekauft. Ja, sehr geil, ey. Saminka haut's raus. Der weiß, wie's läuft. Absolut. Seh ich genauso. Mein Bösch da. Washtag ist da. Washtag. Oh, aber genau vorbeigegrätscht. Oh, ist er da. Ist er da. Ist er da. Clemens. Clemens. Ne, der übt noch. Der übt noch. Oh, aber zu weit. Er weiß nicht, was er machen soll. Er wusste nicht, was er machen soll. Er war mit dem Bevor daneben. Oh, was wird der denn da? Mit der Gesamtsituation. Scheiße. Der ist noch nicht im Spiel, der Junge. Karius, Junge. Karius. Karius. Und kriegst du aber, wenn du nach dem Bier keine Zähne putzen gehst. Ja. Oh. Oh. Ballannahme, Alter. Wie so ein Kreisligist. Ja. Das ist auch ein Heides hin und her bei uns jetzt seit heute. Ja, richtig Stocher hier. Ja, ich spiele ja nochmal auch gar nicht so, aber. Nee. Da ergibt sich irgendwie. Ja, ergibt sich einfach. Einmal drauf. Drauf, drauf, drauf. Ah, jetzt ist er drin, ja. 1-0. Da setzt er sich durch, ne? Der Jonas Hofmann. Und da war nach dem Hochpartner zu spielen, da war schon nichts mehr zu retten. Da war nichts mehr zu retten. Du kommst nicht hinterher und. Hammer. Hammer, Mr. Maker 90. Neuer Follower vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten. Allerfeinsten, Junge. Mr. Maker, er macht's. Sag nicht nur, er macht auch. Ah. Wohohohoho. Wohohoho. 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 Damaschisi. Hast du einmal Wager Xbox One? Oh. Ich glaub, Passquote liegt bei 3,5%. Ich glaub, bei beiden aber, ne? Es wird nur nach vorne gebolzt. Ohhohohoho. Aber den Freischuss kriegst du nicht. Scheiße, aber so viel Platz, Alter. Rahmen hinten. Hilft er aus. Bohohohoho. Was? Oh, komm. Was ein Knaller, Alter. Der Jonas. Bohohoho. Aber noch nie gesehen. Aber ich hab, ey, mir gefallen Tore. Die hab ich noch nie gesehen. Oberkante, Unterlippe. Aber echt, ey. Und der setzt sich noch rein, ey. Hammerhart. Oh, er macht er stark. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Mann, du. Er hätte doch reingehen können, oder? Sag mal, Uzz, sag mal ehrlich. Ich bin mal ehrlich, du. Er hätte reingehen können, nix. Ah, ins Maul, Alter. Oh, so ein Lacker, ey. Das gibt's ja gar nicht. Meine Phrasen, Alter. Hat einmal Wager Xbox One. Ja. Ball muss schon mitnehmen. Mach ich. Ach so. Jetzt ist er heiß. Jetzt ist er heiß. Oha. Wieder mal. Karius. Jetzt hält er, ne? Wie in einer Eins. Mhm. Karius. Oha, nee, Alter. Kommt da rausgeschissen, ey. Oh, nein. Ach, komm schon. Ach, du Sau. Ja. Ja, der hat er sich umklauen lassen. Ja. Also, hier ist ein typisches Spiel. Da geht alles. Da geht nix. Du Mass. Also, die eine, also das 3... Also, 2-1, das wäre ja drin gewesen eigentlich. Also, das war schon... Mainz ist auch ne Kackmannschaft. Ich wusste, warum ich Mainz nehmen wollte. Ich mein, Gladbach. Ich wusste, warum ich Mainz nehmen wollte. Die sind richtig geil. So. Immer ein Schädel dazwischen oder dergleichen. Oh, was ist denn da? Das war da die Frage. Bringt das was, wenn man sich den FM-14 kauft? Oder reicht der FM-13? Tja. Tja. Also, ich bin kein Fan vom FM-14. Nee. Weil ich den FM-13 schon hatte. Ja. Und der FM-14 das gleiche ist. Ja, mit Kader-Update zu dem Zeitpunkt halt, ne? Ja, aber weniger liegen, ne? Ja, ja, klar. Da haben sie die dritte Liga ja auch ausgenommen, ne? Ja. Ja, lächerlich. Lächerlich. Diese Legacy-Edition, die sie da ausgebracht haben. Für, was kamen die am Anfang? 40 Euro oder was? Oder 50 sogar? Hä? Hat das ja ja, Burkhard. Ich wollte gerade sagen, also, wenn er das jetzt nicht gepfiffen hätte. Wenn er das jetzt nicht gepfiffen hätte. Oh, ert. Dann weiß ich auch nicht. Oh, das sah alle los. Aber das war jetzt schon hart, aber ich rieße eh vorbei. So, hast du einmal bei Jake's Potsporn, dann bist du Hazard Eden. Hahahaha. Hahahaha. Schelze. 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 Jube. Jube. Was macht denn da für Affen da? Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ich kann ja gar nicht auf den Schuss konzentrieren. Bang. Oh, der Mud Butler ist am Start. Servus. Bin jetzt breit, Zubasa Usora. Hau mal den mal rein hier. Hau mal rein. Der Hardliner. Ich weiß ja nicht, ob er laut genug ist. Ja, hau mal raus, Alter! Zubasa Usora! Als Kassion rechtshose. Hahahaha. Ich hab schon, ich hab schon die Unterwürfigen hier. Äh, die Rülpser, weißt du, die man verdrängen will. Hahahaha. Hahahaha. Komplette Eskalation! Ah! War viel! Boah, aber echt, Alter, hier ist was los heute. Hahahaha. Was? Ja, jawohl. Mach mal kurz. Genau. Kann ich dir den Glerb laufen. Au! Au! Iaaaaaah! Hahahaha. Hahahaha. Was macht der Torwart da? Wer macht der da? Der Karius! Ja, was macht der denn da? Der Mann hier! So eine Scheiße! Zubasa! Janik! Alter Klappstuhl! Ja, hi! Torsten, Junge! Alles klar bei dir? Ja, klar! Immer doch! Wer gewinnt, Mainz oder Gladbach? Sagbach! 1-0! 1-0! Da sind wir schon drüber! Da sind wir schon drüber, ja! Da sind wir schon drüber! Uh! Nese Foul! Nese Rote am besten! Jetzt werden sie aber durch hier! Wie meins sei! Jetzt werden sie nervös! Boah, warum läuft die Zeit so schnell? Guck mal, wie schnell die Zeit läuft! Guck mal, wie schnell die Zeit läuft! Guck mal! Die läuft noch mal weiter, die Scheißzeit! Ey, stopp! Drück drauf jetzt! Los! Warum läuft die Zeit so schnell? Das war doch Zwischensequenz! Alter, ihr Vögel! Oh, Kari! Hat der Usten Zeit-Schied rausgeholt? Na, alles! Alles, was geht! Das ist alles inklusive da, dem Schiedsrichter DRC! Das kriegst du alles für'n Zehner, ja! Oh, oh, oh! Jetzt wird noch mal heiß! Halt die fest! Ja! Ja! Was ist alle los? Ja! Ja! Komm schon! Lauf, Junge! Lauf mit! Nee! Ja! 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 Na, ja! Ja! Ja, ja! 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 Und einem... Ja! Nein! Du Scheißkopf! Oh, Scheiße! Oh, fuck it! Oh, fuck, Mann! Oh, fuck it! Ja! Ja! Nein! Ja! Oh, Gott, Alter! Oh, Gott! Klapplach! 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 Boah! Ich packe es nicht! Klapplach! 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 Klapplach, Alter! So, alle zurück! Alle zurück! Rein in die Ecke! Legendär, Alter! Legendär, sag ich dir! Oh, Hammer! Er macht's aus! Er macht's aus! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Das wäre auch zu viel des Guten! Boah, bin ich fertig, Alter! Boah, aber nicht fertig! Was sind das für Spiele heute hier, geht gar nicht! Boah, nervenaufreibend! Alter, das war ja wie Ding hier, ne? Wie, äh, Leverkusen, Wolfsburg! Ja, 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 ja! Hammer! Ich hab' noch, ich hab' noch zwei Dinger liegen lassen, ne? Ja, na klar! Boah, scheiße! Junge, ich muss erst mal fix ein Bier holen, du! Ich bin auch gleich wieder da, Alter! Ich bin auch gleich wieder da! Lassen wir mal eine Minute kurz Pause, Leute! Bis gleich! things! child sch 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017